Oh, hey. Hi, Kira hier. Willkommen zur zweiten Woche des Thundermonats, in dem es wieder die geballte Ladung Thundermans gibt. Letzte Woche ging's um Phoebe, also geht es jetzt um Max. Ups. Das tut mir leid. Sorry. Okay. Oh, an diese Folge kann ich mich erinnern, dass es dir, in der Max total auf diese Rattenrennen abfährt. Mit den Ratten zu drehen war echt witzig. Apropos Ratten, schau mal, was ich hier habe. Das sind meine Freunde. Lassen wir sie um die Wette laufen und entscheiden, wer mehr Power hat. Max oder Phoebe? Lass die Spiele beginnen. Drei, zwei, eins, los! Also, Phoebe hat gewonnen, aber ist auch in den Abgrund gestürzt. Alles klar, lass uns ein paar Folgen Thundermans gucken. Viel Spaß. Phoebe, alles klar?